Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video zeige ich euch eine Möglichkeit unser Tablett oder auch Smartphone als Bildschirm für den Raspberry Pi zu benutzen und zwar so, dass wir wieder irgendwelche Kabels noch irgendwelche Adapter benötigen für die Verbindung selbst jetzt, sondern mit einem kleinen einfachen Trick, wenn das überhaupt einer ist, genauer gesagt über das Netzwerk, in meinem Fall WLAN. Alles was wir hierfür brauchen ist ein Tablett bzw. Smartphone, sei es Android oder iOS, das ist egal, es funktioniert mit beides wunderbar. Ich habe hier ein Raspberry Pi 400, habe nur Strom und Maus angeschlossen, ja also kein Bildschirm hier, ja, tada, kein Bildschirm, genau und auf dem Tablet oder eben Smartphone den VNC Viewer installieren, einfach aus dem Store, es ist kostenlos und ratz-ratz heruntergeladen und installiert. Auf dem Raspberry Pi selbst muss VNC natürlich, also der Dienst auch aktiviert werden erst einmal, ja, das ist standardmäßig deaktiviert und schon können wir das Tablet bzw. Smartphone hier nutzen als Bildschirm, ja, einfach verbinden. Zack und schon haben wir jetzt unser Bildschirm quasi für den Raspberry Pi. Man, ja, wir können das jetzt wunderbar, also ich finde das cool und auch praktisch. Auf dem Raspberry Pi selbst muss, wie gesagt, auch der VNC Dienst aktiviert werden, das geht aber sehr schnell hier und zwar über Einstellungen, Raspberry Pi Konfiguration und hier haben wir unsere Schnittstellen, VNC, das ist standardmäßig deaktiviert, einfach hier aktivieren, dann erscheint auch hier oben rechts ein Icon, ja, der Icon, Eventuell ist ein Rebooter forderlich und schon ist es aktiviert, ja, das ist alles, was wir machen müssen auf dem Raspberry Pi und auf dem Tablett, Smartphone oder auch PC meinetwegen, da brauchen wir einfach nur die IP-Adresse von unserem Raspberry Pi, ich lösche das jetzt einfach mal hier und wenn wir VNC starten sieht es erstmal so aus, jetzt müssen wir einfach nur hier über Datei, neue Verbindung oder eben einfach hier die IP-Adresse unserer Raspberry Pi eingeben, ich denke das war die 23 bei mir und einfach Enter und schon wird die Verbindung hergestellt, hier brauchen wir den User, in meinem Fall ist das Pi, Passwort, Kennwort speichern, damit wir nicht jedes Mal eingeben müssen, einfach mit OK bestätigen und schon sind wir hier drauf, drauf, ja, das so einfach gibt es, hier oben vielleicht auch ganz interessant, wenn wir jetzt in der Mitte vom Bildschirm mit der Maus hier rüber gehen, da haben wir noch ein paar Optionen, hier Vollbild und sondert hier Datenübertragung vielleicht auch interessant, das brauchen wir jetzt aber nicht, was ich euch jetzt zeigen wollte ist, was uns jetzt hier betrifft, sind hier über die Eigenschaften hier, haben wir noch ein paar Infos und ein paar Optionen hier, und zwar einmal die Bildqualität können wir uns ein bisschen anpassen hier, wie es uns gefällt, automatisch hoch, mittel, niedrig, je nachdem, die Skalierung hier, Seitenverhältnisse und so weiter, die Sondertasten übergeben oder nicht, das ist jetzt, wenn wir den Remote steuern, genau, wenn wir hier Lesezugriff anklicken, wenn das aktiviert ist, dann können wir den quasi wirklich nur als Bildschirm benutzen, ja, wir können das nicht mehr Remote steuern, wir brauchen da die Raspberry Pi Tastatur und die Maus eben, wenn wir den Hacken hier weg machen, dann können wir das auch über Tablet oder Smartphone oder PC eben auch steuern, unseren Raspberry Pi, also wenn wirklich nur Bildschirm braucht, einfach hier den Laserzugriff aktivieren und schon, es fungiert das eben nur noch als Bildschirm, genau, was vielleicht noch passieren kann, ein bisschen verwirrend sein kann, manchmal sind da zwei Mäuse per Remote, ja, das ist vielleicht normal, eine ist die Maus vom Raspberry Pi selbst, wenn einer angeschlossen ist und eine von den Remote, ja, PC oder Tablet, wenn da irgendwie angezeigt werden, hier sind noch ein paar Experteneinstellungen, das brauchen wir jetzt nicht, genau, das war es im Prinzip auch schon alles, was ich jetzt, wo ich schnell zeigen wollte, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht vergessen, über ein Like, freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.